Ich bin heute hier, um die Ukraine zu unterstützen. Ich bin in Deutschland, um meine Freunde zu kommen, aber wegen der Krieg, ich leben in Spanien. Es ist sehr wichtig für mich, hier zu sein, denn heute ist die Freiheit der Ukraine. Es ist sehr wichtig für alle von uns, dass die Krieg, dass die Krieg ist jetzt. Es ist sehr wichtig, denn wir müssen den Menschen all over der Welt zeigen, dass wir noch seit sechs Monaten haben, wir haben noch volles Macht, um zurückzukommen. Und nicht, dass die Russische tun, was sie wollen. Sie sind einfach kriminelle. Die Bombe schon seit sechs Monaten. Aber heute ist es sehr hart. Meine eigene Stadt wird vom 1.00 Uhr bis jetzt. Und das ist ziemlich interessant. Jeder weiß, was sie machen, und jetzt niemand macht etwas, um es zu vermeiden. Das ist völlig unverstanden. Ich gehe in der Ball. Schade Killer! Untertitelung des ZDF, 2020